Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von RainerCraft 2 Hallo bei 85 wieder an und Leiner Wuff Hallo So in der letzten Folgen haben wir ja diesen geilen Sonnenuhr hingestellt die ist wo nur nachts geht also heiß wenn es dunkel ist warte die Sonne ist wieder da ja gut wieder dann führe mich zu einer dann willst du sagen du hast dann nehmen wir down 2 ich habe mich ein bisschen langsamer gemacht nicht so pumpen nicht mehr oh die pumpen sind vollgepumpt es ist mir gerade aufgefallen ist die pumpen können auch noch Geschwindigkeitsupdates rein ehrlich ja jetzt blaue Updates was sind die blauen Updates das ist ein Wasser Wassertropfen passt da dann mehr Wasser rein oder was ja steht drauf was das für Updates sind dann ja aber irgendwie dann gehen wir jetzt da rein oder was mhm warte nach unten ich hätte ja erst vorgeschlagen dass wir nach oben gehen aber ok nein rein da Filter update bist du rein? nach unten schwere Wasser von regulärem Wasser drin oh Gott das wird mir zu hoch ne ne achso ja das äh dass du ein schweres Wasser hast statt leichtes Wasser dann oh ich nimm mir mal ein paar Fackeln hier mit ne oder beziehungsweise mal alles mit ja ok dass der Unterschied zwischen schweren und leichten Wasser ist äh schweres Wasser nimmst du für ähm wenn du ähm ne Atombombe beispielsweise oder Atomkraft brauchst machen willst brauchst du schweres Wasser ah ok also ganz viel Boom Boom kann man sagen nicht unbedingt äh für die Atom äh in der Industrie ist äh äh schweres Wasser auch Wasser auch wichtig also einfach komprimiertes Wasser oder was? nein nein das ist nicht komprimiertes Wasser es ist halt schweres Wasser das ist ähm soll ich rein? mhm? einfach schwereres Wasser als normales also mit ner höheren Dichte grad oder? ja äh so ungefähr so naja ja gut hab mir wieder gereicht das ist ist nix mehr aber da gibt's gar nix ja ich sag mal schon für dich ein du gelobt seien die goldenen Beutel der Aufbewahrung das stimmt aber mittlerweile schon wieder vier stück echt einfach praktisch ich glaub du läufst auch die ganze Zeit an äh so Boxen vorbei ja auch wenn da nix drin ist doch da ist die sind alle voll mit mit oh Schrott ja also da wunderst du dich dass ich sie lasse und wir haben einen EMC Wert wir haben nix mit EMC Ding oh ein Ladungsgerät für du in der EU ok praktisch das ist das Müll ihh ne Seeschlange wo bist denn du jetzt da? ich bin eins nach unten ah ist klar du siehst du mich gleich ja ich seh dich gleich ich muss einfach den Perlen folgen das ist ein schöner Raum oh mit Schaltplatten wow dieser Raum ist schön dieser Raum ist auch schön karp au ja und die ganze das ist die ganze Zeit oh ja immer wieder immer wieder das gleiche was ist jetzt der 85 wir da äh war da kurz der ist grad ein bisschen um umbauen ich werde grad geschlagen oh komm mal her bei den News ey das müssten Brüder sein wahrscheinlich ey ey ne man hat geschossen wieso irgendjemand ich äh ich muss doch irgendwo ah da ist es lass mich mal kurz in Ruhe stein weg fertig komm Junge oh vielleicht die irgendwo hab ich Schaden jetzt ach ich hab Witterschaden ah ja genau hat Witterschaden ok hey Witterception eine tiefe wow das ist gemein das ist ja echt gemein ey was denn ich weiß nur wo du bist ach ich bin hier bei äh an so ne kurve eine kurve äh ja vielleicht sieht man sich ja gleich also ich bin dort wo die beiden spinnen sind genau hey hallo das ist ja gemein das ist ja gemein kurve rum tritt mal drauf verstehste oh wir haben Flügel ja äh was ist denn hier drunten ja naja das Schlimme ist hier unten ist nix ja wahrscheinlich der Tod auch darstellen das Dungeon soll ja auch schwer sein das hat meine ich nie mit dem Drakonikrüstung rein lalalala oh oh ich hab die Kisten hier schon fast wieder übersehen aber Kisten wer braucht schon Kisten äh du also auf jeden Fall sind es eine Spinne mit also ich geh ins Stockwerk tiefer das ist hier drüben Yoshi nichts Yoshi oh der dort wo du eben herkommst da ist nix da ist n da gehts dir die Attage tiefer ja da gehts rein wo gehts tiefer da gehts nicht tiefer hier wo ich stehe hier ist die Etage da ah ja stimmt ja runter ich hab keine Fackeln mehr die paar es ist dunkel die alle sterben mit einem Schlag noch eine mehr jetzt bräuchten wir dich noch eine mehr ich hab zu viel Inventar es ist zu dunkel oh wieder ja hast du ever bum bum oh mein nein nein ich hab hier grad ne redstone fackel gesetzt konnte ja nicht wissen dass hinter mir der gleich der ganze Raum weg ist oh was ist denn da unten hui Minenschacht hört sich mal interessant an Minenschacht noch zu erkunden oh hier ist sogar noch weiter ok ein 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 ding was wirklich zwei schläge ausgehalten hat hallo oh joshy es gibt noch tiefer nein hätte ich immer nicht denken können ich muss mal was fressen ein ding hat hunger aber schaden bekomme ich keinen du was ist schaden ja ein schaden nach schaden nö wieso bin ich jetzt hier eigentlich ich weiß es nicht wo du bist stimmt hier geht es echt zum Minenschacht runter ist das cool ah blöde skelette mit bombenpfeile da ist echt ein minecart drin will ich haben also langsam wäre das ja ein bisschen viel mehr viele ne da kam nix raus aus dem ding blasphemie auf die schwerste ebene scheinbar wir sind dann noch wieder durch okay ich brenne ok leute bis zum nächsten mal zunächst mal tschau